Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Danke, dass du eingeschaltet hast zur ersten Episode. Sich vorstellen. To introduce yourself. Hallo, ich heiße Falk. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Ich habe 28 Jahre in Berlin gewohnt. Ich habe in Berlin studiert. Nach meinem Studium bin ich für ein Jahr nach Australien gegangen. Jetzt lebe ich zusammen mit meiner Frau in Japan. Meine Frau und ich haben 2020 geheiratet. Ich reise sehr gerne und lerne sehr gerne neue Kulturen kennen. Mein zweites Hobby ist Sport. Ich spiele zum Beispiel Badminton oder Tischtennis und ich gehe gerne schwimmen. Außerdem gehe ich gerne spazieren. Ich gehe jeden Tag ungefähr 30 Minuten spazieren. Ich arbeite als Deutschlehrer online. Ich unterrichte Deutsch schon seit über 5 Jahren. Ich liebe meine Arbeit. Es macht mir sehr viel Spaß, anderen Menschen zu helfen, Deutsch zu lernen. Auch ich lerne sehr gerne neue Sprachen. Ich spreche Englisch, Französisch, Schwedisch und natürlich Deutsch. Und jetzt lerne ich Japanisch. Japanisch ist eine schwierige Sprache. Ich versuche jeden Tag eine Stunde Japanisch zu lernen. Wenn ich viel arbeite, lerne ich jedoch nur zwei- oder dreimal pro Woche. Wie oft lernst du Deutsch? Kannst du dich vorstellen? Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Schreibe es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Videos. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.